Mein Name ist Willertweg, Inhaber von Exklusiv-Events aus Chemnitz. Eine meiner Aufgaben ist die Standortkoordination zweier großer Shopping-Standorte in Chemnitz in der Innenstadt. Die Rathaus-Pesagen und der Rosenhof sind ca. 90 inhabergeführte Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte. Und wir haben in der aktuellen Situation wirklich sehr angespannte wirtschaftliche Verhältnisse. Wir wünschen uns sehr, sehr dringend und sehnlichst die Wiedereröffnung unserer Geschäfte, um auch natürlich wieder die Hygienekonzepte, die wir in den letzten Monaten vielfach unter Beweis gestellt haben, dass sie funktionieren, dass sie zum Tragen kommen. Und alle Inhaber, das kann ich an dieser Stelle bestätigen, sind wirklich sehr, sehr heiß, sind sehr, sehr motiviert und wollen natürlich wieder eröffnen. Wir können alle Maßnahmen, die aktuell getätigt werden, zur Bekämpfung der Pandemie nachvollziehen, wollen aber einfach wieder über unsere Geschäfte daher sein, wieder Gewinne erwirtschaften und natürlich Existenzen erhalten. Und das ist aktuell wirklich ein dramatischer Zustand. Und deswegen bitten wir darum, das bald wieder tun zu dürfen. Vielen Dank.